Was koch ich denn? Lass den Kaffin frei, lass den Kaffin frei, der wird nicht gegessen, ist doch wohl klar, schreit da. Die ganze Kinderschar, lass den Kaffin frei, lass den Kaffin frei. Na gut, tut ihn in die Badewanne. Was koch ich denn? Was koch ich denn? Diese Frage stellt sich immer. Überlegend in Gedanken schreite ich durch alle Zimmer, dann liegt es eben Ente knusprig und gefüllt. Ich bringe sie nach Haus und die ganze Pande brüttt. Lass die Ente frei, lass die Ente frei, die wird nicht gegessen, ist doch wohl klar, schreit da. Lass die ganze Kinderschar, lass die Ente frei, lass die Ente frei. Ich nehm sie mit zu mir aufs Zimmer, sie kann bei mir schlafen. Ich versuch's noch mit ner Gans, wie wär's denn mit nem Schwein? Jedes Tier wird adoptiert, jetzt sind wir nicht mehr allein. Das Haus ist jetzt ne Arche, Noah. Tiere, wo ich geh und steh. Und zu essen gibt's auch Weihnacht Kartoffelpüree, Kartoffelpüree, Kartoffelpüree. Oh, die Arme Kartoffeln! Nun ist aber gut. War doch nur ein Witz, Mama. Das wird nicht gegessen, ist doch wohl klar, schreit da die ganze Kinderschar. La-la-la-la-la La-la-la-la-la